Ja, die Stadt ist im Corona-Fieber gefangen. Nicht nur der Bezirk, sondern ganz Berlin. Die Maßnahmen werden immer drastischer, die wir verhängen müssen. Wir müssen Entscheidungen treffen, um der Bevölkerung auch Sicherheit zu geben. Ich tue gerade mein Bestes dafür, für die Neuköllnerinnen und Neuköllner die Lage so gut wie möglich zu gestalten. Meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten massiv daran, aufzuklären, zu informieren, Abstriche zu machen, um einfach dafür zu sorgen, dass Sicherheit besteht. Es wird jetzt auch zunehmen, dass Schulen geschlossen werden, Kitas geschlossen werden, weitere Maßnahmen werden folgen und wir versuchen, diese Krise zu handhaben und zu managen. Die ganze Krise verlangt uns allen viel ab. Der Bevölkerung natürlich, den vielen Familien und die, die arbeiten gehen müssen, aber auch mir. Meine ganze Arbeitskraft geht derzeit für die Bewältigung der Lage her und ich versuche mit meinen Kolleginnen und Kollegen, das Beste für unsere Bevölkerung, diese Krise zu managen und die Lage in den Griff zu bekommen. Das heißt auch, dass meine Facebook-Aktivitäten etwas zurückgeschraubt werden. Ich werde mich trotzdem weiterhin zu wichtigen Dingen dieser Stadt äußern, auch zu Neukölln, wenn es was Wichtiges mitzuteilen gibt zu anderen politischen Themen, nicht nur Corona-Krise und damit arbeiten wir weiter für unsere Neuköllnerinnen und Neuköllner.